Meine Eltern sind die größten Superhelden, die es auf der Welt gibt. Jetzt soll Will in ihre Fußstapfen treten. Doch es gibt ein kleines Problem. Auto! Ich habe keine Superpower! Ich habe mir so sehr gewünscht, dass er einmal die Welt rettet. Doch wenn es darauf ankommt... Ich habe meine Power! ...schafft er es, den Helden in sich zu entfesseln. Kurt Russell in Sky High. Dienstag, 20.15 Uhr im Disney Channel. Tonda Council. Statt, 20.15 Uhr im Disney Channel. Abwechsläuf! 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 Abwechsläuf!